Alihallo Leute, ich habe eine Idee, komm mal mit. Und zwar erstmal folgendes, die Klamotten, ja, hier so T-Shirts und so Pullis, wie der Dicke anhat. Auf jeden Fall gibt es auch hier im Laden, hier vor Ort, aber ich habe auch eine andere Idee. Und zwar wie folgt, jetzt Samstag und Sonntag quasi Nikolaus, ich wollte eigentlich Nikolaus mit so aufsetzen, aber die hat mir der andere Dicke geklaut. Hier laufen nur Dicke rum, die Klamotten, die haben nur die Klamotten. Auf jeden Fall, wenn ihr was bestellt im Wert von 29 Euro, ja, Atembestelle von 29 Euro, kriegt ihr einen Duftbaum, Erbföschen, Turbo Pack umsonst dabei. Ist das geil? Jetzt nur Samstag, Sonntag. Und wenn ihr das nicht schafft, dann kommt der bei ihrem Laden vorbei, bei mir. Hier. Und so was. Und alle möglichen, coole Sachen. Yeah, Baby. Peace. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mit dem Sack gehe ich von Haus zu... Mit dem Sack.